Hi da, was geht am drei Damen hier? Bei einem Aerodaktyl Raid. Ihr seht nur noch das Ende. Ich nehme momentan jeden mit. Das Event dauert nicht mehr lange und ich bin immer noch in der Jagd nach dem Wunderstand. Deswegen bin ich heute auch noch mal auf kleiner Tour. Ein paar Aerodaktyl Raids abstauben. Die sind hier, die hier nicht. Hier ist ein Tangela Quest. Das höre ich mir gleich. Aber das ist so ein Gebiet, da sind so 7, 8 Aerodaktyl Crest. So, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Es gibt ja immer Sonderbombungen dabei. Das finde ich gut. Wetterboost weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube nicht. 26, bisschen höher. Es ist super. Es ist natürlich schwer, immer zu fahren. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich gerne für Berge kommen könnte. Ich habe eigentlich einen guten Bombons. Es ist natürlich schön, mal zu fahren. Die checken kann. Schauen wir mal, wo der Stop ist. Ich glaube, das ist super der Stop hier. Ja, genau richtig. Und? Da fällt wahrscheinlich. Kann gehen da. Es gibt auch noch eine neue Feldforschung für Absol. Mal schauen, ob wir die heute auch noch bekommen. Nach einem exzellenten Wurf. So. Moment. Gerade war ich noch in Reichweite des Stops. Ja genau hier. Ne, das ist der falsche. Hier in Hadern angekommen. Vielleicht direkt an der U-Bahn sollen zwei Ergodactylquests sein. Der ist es auf jeden Fall mal nicht. Kleine Frau und Gelief. Also hier ist schon mal eine kleine Frau. Jetzt muss ich noch schauen, wo Gelief ist. Wahrscheinlich der hier. Der hier. Auch nicht. Komisch. Wir schauen mal. So. Ich habe den Focus Stop entdeckt. Relief. So. Noch einmal. Dann haben wir hier zwei von denen. Perfekt. Können wir eins entwickeln und zwei Quest abholen. Aber davor setze ich mich noch schnell in die Arena hier. Hong Kong Bar. Okay. Dann setzen wir uns kurz. So. So. Setze ich rein. Als Glücksbringer. Okay. Uh. Zum ersten Mal hier. Also ich war schon mal hier. Ich erinnere mich. Aber es war wohl noch im alten Arena System. So. Und los geht's. Ammonitas. Muss aufpassen. Ich brauche noch ein paar Bongongs. Muss ich übrig lassen. Zum Max pushen. Dann am Ende des Events. Das sind. 100er Ammonitas. 100er Kabuto. Vielleicht 100er Ergodactyl. Wir werden es sehen. Shiny. Hab ich bisher nur Ergodactyl. Ammonitas und Kabuto fehlen jeweils. Aber. 100er Ergodactyljagd geht vor. Und los geht's. So. Versuch Nummer eins. 10 WP daneben. Versuch Nummer zwei. Schade. Aber wir haben noch ein paar Versuche heute. So. Vorne der Mainbaum. Ist auch Ergodactylquest. Ich hole mir erstmal die Stops hier vorne. Für noch mehr EP. Die Stops hier habe ich mir auch alle geholt. Schnell 30, 40, 50, 60 Tausend EP mitgenommen. Und da hinten sind zwei Ergodactyljagd. Die schnappen wir uns auch noch. So. Erstmal. Von der Arena hier drehen. Zum ersten Mal hier. Wahrscheinlich die Kirche hier. So. Irgendwas von der Kirche zu uns. So. Jetzt hier. Der Maibaum. Auf dem Weg zu den nächsten Ergodactylquest. Die sind wieder im Doppelpack. Schlüpfe ich noch ein Ei für die andere Quest. Dann habe ich wieder zwei Plätze frei. für die zwei Ergodactylquest dann. Das wären dann Nummer vier und fünf. Und dann haben wir nochmal zwei im Doppelpack. Sechs und sieben. So. Weg mit dir, Kabuto. Oder Kaputops. Besser gesagt. Und. Ich habe einen Krebskorps gebrütet. Danke für den Spoiler, Niantic. So. Krebskorps. 6,29. Ich kenne die AIWs nicht auswendig von Krebskorps. Deswegen müssen wir das mal checken hier. Aber ich habe einen Krebskorps. Aber ich würde mich wundern, wenn es 6,29, 100 wäre. Ja. Oh. Möglicherweise 98. Können wir für das erste behalten. So. Das war glaube ich das mit dem Brüten. Der kommt überall raus. Aloha Koko war übrigens wieder weg. War eigentlich nur... Wie lange war der da? Ein, zwei Tage? Ein Tag? Vielleicht sogar nur. So. Und. 1,100. Wir kommen näher. Wir kommen immer näher. Fehlen noch 8 WP. Davor haben 10 WP gefehlt. Jetzt 8. So. Den ersten der zwei Aerodactyl Rates gleich fertig. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob Wetterbonus immer noch aktiv ist. So. Können wir nicht irgendwo sitzen? Zum Fangen? 18 und 13. Schon mal nicht. Schade. Mal schauen, ob es shiny ist. Zwei Sonderbomben muss immer geil. So. Setzt euch mal ab. Bis zum nächsten Mal. Nein. Ich sia nicht mehr, dass wir die Prens in den G interior haben. Ich bin sehr, sehr mute. Und jetzt ist die Prens. Ich bin sehr, sehr gut. Bin immer genauer. Ich bin sehr einfach. Ich bin sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr professionell. Ich bin sehr... Ich bin sehr, sehr WITHIN. Ich bin sehr, sehr gut. Ich kann das vom Backresten. Das klingt so gewollt, nicht? Ich hatte vorhin schon einen, der war höher. Also wissen wir jetzt schon, dass die iVs nicht so toll sind. Ich check sie trotzdem mal schnell. Ich bin sehr stark. Ich bin sehr stark. So, ich kann mich mal auf den Nexer. So, Nexer, habe ich mich mit dir gemacht. Nexer Schaus. naja fangen und weiter geht's so ich habe wieder zwei Ergodacty Quest entwickeln wir hier mal das Kabuto und dann schauen wir noch mal danach ist da hinten noch einer den hole ich mir auch und dann muss ich überlegen ob ich noch ein Stückchen gehe für noch ein oder nach Parsing da sind drei bis vier oder halt gar nicht mehr die anderen hole sondern für heute Schluss mache aber checken wir erstmal die zwei hier dann können wir weiter überlegen so Kabuto, ob es wieder einmal tschau soo Moment der Wahrheit so Spiel ist wieder mal hängen geblieben als ich versucht habe die Quest abzuholen es sind jetzt vier Ergodactyl die irgendwo in meinem Stapel sind die ich nicht gecheckt habe ob die gut sind oder schlecht muss jetzt hier neu starten und dann kann ich wenigstens einen noch abholen echt wichtig leidend so holen wir uns wenigstens einen ab und nicht shiny und 1089 schade ich frage mich echt was der andere hatte jetzt müssen wir erstmal irgendwann alle Quest durchgehen alle Belohnungen die ich gestapelt habe bis wir zu den vier Ergodactyl kommen so ich entwickle mal hier einen Kabuto weil ich natürlich die Quest habe und die andere Quest ist ein kleines Pokémon so wieder weg mit dir Kabutops und checken wir mal die Lage leider nicht und hier müsste Evoli oder so kommen ja genau also einen habe ich noch da vorne und ein Navito die hole ich mir und dann so ich habe hier noch die letzte Quest machen wir die mal und dann war es auch mit dem Abenteuer mit der Jagd nach 100 Prozent Ergodactyl leider nicht so erfolgreich aber ein paar Chancen habe ich noch ich habe vier Ergodactyl Crest die einfach so hängen geblieben sind die sind jetzt irgendwo in meinem Stapel so gar nicht so schlecht das Moves hat gewesen holen wir uns den erstmal ab dann und 1091 leider nicht der kann auch weg auf jeden Fall das war's von mir immer liken subscriben kommentieren check die anderen wie es so ab folgt mir auf Instagram Facebook Twitter check den Shop ab schreibt unten in die Kommentare wie das Event bei euch so läuft und vergesst nicht Pokémon is serious business bis zum nächsten Mal